Sie kann es einfach noch immer. Auf dem roten Teppich beweist Pamela Anderson, dass sie gut 20 Jahre nach Baywatch immer noch eine echte Sexbombe ist. Aber was ist denn das? Bei näherem Hinschauen fallen uns diese seltsamen Flecken an ihren Oberarmen auf. Die scheinen die Schauspielerin allerdings gar nicht zu stören. Weder kaschiert sie die Flecken durch längere Ärmel, noch versucht sie sie vor den Kameras zu verstecken. Dazu äußern tut sich die 48-Jährige aber dennoch nicht und behält somit das Geheimnis um die merkwürdigen Verfärbungen für sich. Aber ganz ehrlich, diese Punkte können den strahlenden Auftritt von Pam auch nicht wirklich trüben. Denn so gut wie heute sah die gebürtige Kanadierin schon lange nicht mehr aus. Und damit beweist sie einmal mehr, dass eine schöne Frau einfach nichts entstellen kann, nicht einmal mysteriöse Flecken auf der Haut.